Dieses Projekt war sehr herausfordernd, da viele Komponenten zusammenspielen. Erstens eine Baustelle in Wien in einer Baulücke mit links und rechts Hochhausverbauung, direkt am Gürtel mit einer sehr schwierigen Anlieferungssituation. Sprich, wir können dort nur zwischen 0 Uhr und 5 Uhr früh Module versetzen, was einen riesen Rattenschwanz an Problemen mit sich bringt. Erstens der Transport, zweitens die Ausleuchtung von der Baustelle. Wir müssen in der Nacht perfektes Licht haben, um dort versetzen zu können. Dann gibt es die ganzen Brandschutznormen für Wien und einzuhalten. Und das alles in Summe sind natürlich ein Haufen Auflagen, Anforderungen an der Baustelle, wo man fast mehr nicht mehr haben kann. Die Module sind innen voll ausgebaut, sprich Möbel, Böden, Matratzen, alles drinnen. Jetzt hat sich das Problem gestellt, wie können wir den Bauzeitenschutz hergeben. Wir stellen, wir haben ja sieben Geschosse. Wir müssen prinzipiell nach jedem Geschoss, also sprich nach jeder Nacht, das Geschoss dicht bekommen. Da ist jetzt die VetGuard zum Einsatz gekommen von der Firma Sieger. Eigentlich ein Produkt, das wir uns seit langem schon gewünschen haben in meinem Bereich Modulbau. Das hilft uns hier sehr. Wir können diese VetGuard vollflächig aufkleben. Die stellt einen sehr guten Feuchtigkeitsschutz her. Es wird alles schon im Werk gemacht, bis zur Fassade hin verklebt. Und auf der Baustelle müssen lediglich mehr die Modulstöße und Anschlüsse zur Gangplatte dicht verklebt werden. Und so können wir sehr schnell eine Abdichtungsebene nach jedem Geschoss herstellen. Bis zum nächsten Mal. Das Produkt VetGuard hat uns sehr beschleunigt. Also prinzipiell die einzelnen Arbeiten erfordern trotzdem Zeit, aber wir konnten uns diese ganzen Verpackungsarbeiten ersparen. Mit zehn Meter großen Folien sehr sperrige Module einzuwurschteln. Ist sehr arbeitsaufwendig mit Leitern, dann muss mit Brettern die ganze Transportsicherheit hergestellt werden. Wir haben darunter fertige Fassaden. Das heißt, wir können dort gar nichts befestigen. Die ganze selbstklebende Folie ist sehr einfach anzubringen. Das ist in 1,50 Meter breiten Bahnen, wird überlappend verklebt. Und meines Erachtens der größte Vorteil ist bei uns bei diesem Projekt auf der Baustelle gelegen. Wir können die Module, ohne sie auszupacken, sofort vom Sattelzug weg verheben. Sprich, gerade bei dieser Situation, wo zwei Fahrspuren gesperrt sind, wo eine Riesengarde an Leitschutz, Transportfirma, alles im Einsatz ist, mitten in der Nacht, bei Dunkelheit, ist das ein Riesenvorteil. Und vor allem bei dem Ökoprojekt, es fallen keine Fuhnen an, die dann am nächsten Tag nach einem Einsatz entsorgt werden. Die Knetgard passt perfekt in unsere Produktpalette rein mit den optimalen Verarbeitungsbedingungen. Einerseits der optimale Witterungsschutz, andererseits nach Einsatz der geringe SD-Wert. Die vollfächige Verklebung, die spricht alle Sprachen, was wir hören wollen. Ein perfektes Produkt für uns. Eine Verkleぜhe, dass wir das Europale wspól her ab ambient im Untertitel finden. Den T nighttime loans sind keine starkты, sondern keine die Orient. Mit den Bereich des Riesengen und Ausgleichen müssen wir sagten, um die Court gew Renault zu verwegen. Und hier ist nicht mit den Weg an er武 uploaded, dass wir da gesehen in diesemogiegleich kommen. Och wir Cafe aus der Untertitel erwarten, dass wir uns neue glaze unterschätzt. Und quarant spl gehe der Rad cumpld. Eig projection werden mit geologen, also sehr zentrale. Vielen Dank.